In diesem Video möchte ich sieben Zehntel mit acht Neunteln vergleichen. Wie immer gilt, pausiere jetzt am besten mal das Video und prüfe, ob du das schon alleine kannst. Dann lernst du wirklich aktiv und kommst am schnellsten voran. In diesem Video möchte ich das Ganze jetzt visuell machen und dafür habe ich mir zwei Kreise vorbereitet. Und zwar ist das hier jedes Mal ein Ganzes. Wenn du hier aber genau hinguckst, wirst du feststellen, wir haben hier unterschiedlich viele. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Stückchen für die Zehntel hier auf der linken Seite. Und auf der anderen Seite sind es eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Stückchen. Um das Ganze jetzt noch ein bisschen besser darzustellen, färbe ich das gerade mal ein. Wir haben hier nämlich sieben Stückchen gefärbt. Das sind schon zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das hier sind also sieben Zehntel. Und drüben muss ich sogar acht Stückchen färben. Das sind die ersten vier. Eins, zwei, drei, vier. Dann habe ich insgesamt acht Stückchen. Und jetzt kann ich vergleichen. Das ist hier in diesem Fall recht eindeutig. In der blauen Fläche hier ist wesentlich mehr gefärbt. Das heißt, sieben Zehntel sind kleiner als acht Neuntel. Welches Zeichen muss ich hier verwenden? In diese Richtung geht es. Die Spitze zur kleineren Zahl, das Maul des Krokodiles zur größeren Zahl. Sieben Zehntel sind kleiner als acht Neuntel. Die Spitze zur Teilen der Rauch. Siebenze ist ein kleineren Zahl, das Maul des Krokodiles zur größeren Zahl.